ja hallo liebe videofreunde wir sind nicht auf dem weg nach hause sondern wir haben einen tag verlängert ja ich habe mit der betreuung von meiner mutter gesprochen und sie kann einen tag länger zu meiner mutter gehen ich hoffe dass alles gut geht und dass es keine besonderen vorkommnisse heute sind die luft an aber wir wagen es jetzt einfach mal weil wir heute noch so einen schönen tag hier haben und ich hier einen tag später arbeiten muss hat er gestern erfahren und auch nächste woche noch ein bisschen frei hat und dann haben wir gedacht kommen dann verlängern wir einfach einen tag und dann werden wir heute den letzten tag noch mal genießen dann kann mich erinnern nämlich heute auch noch mal schön skifahren gehen und dann geht es morgen erst nach Hause ja das ist schön hoffentlich geht es gut jetzt kommt es gut jetzt kommt es gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020